Wir probieren Slender, ein angeblich wahnsinnig fieses Horror-Indie-Spiel. Sie wissen, man ist in einem Wald und muss acht Manuskript-Seiten finden, oder? Der Twist an dem Spiel ist, dass es diesen Slenderman gibt, so ein Typ mit langen Armen und Beinen, der um den Wald rum läuft, den ich lieber gar nicht sehen will, ehrlich gesagt. Jetzt können wir nach rechts gehen, links sind diese zwei Räume, wo wir durch einen vor und durch sind, aber ich weiß nicht, was passiert ist alles. Oh Scheiße! Nein, nein, nein! Jetzt muss ich weg! AAAAAAAAH! 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 Siehst du mal! Oh scheiße! AAAAAAAAH! AAAAAAAAH! Aeseiu! AAAAAAAAH! AAAAAAAAH! at